Halli und Willkommen zu Truck Racing. Genau. Und wir waren ja natürlich mal wieder Erster. Wir gucken mal kurz in der Streckeninfo. Ne, halt Infosunikade. Und leider immer noch sonnig anscheinend. Statistiken. Hier sind wir noch. Wir gucken einfach mal in der Messerschaft. Sieht eigentlich ziemlich gut aus. Alles ist ein bisschen verwirrend hier. Katastrophe, das Menü. Und wir machen weiter mit dem Zeitraining. So, wir machen am Sonntag am Eurospeedway. Ich will mal hoffen, dass sich auch einmal das Wetter mal ändert. Weil das ist auch sehr gut gemacht worden. Im letzten Rennen sind wir Zweiter geworden. Weil wir den eigentlich gekriegt haben, 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 haben. So, jetzt geht es natürlich auch am Sonntag wieder los. Und natürlich kamen wir mal wieder als Erster. Und weg ist der Truck. Wie gesagt, der Rasen ist wie Glatteis. Und ein Power Slide. Schöner Trifft. So, was ist denn heute nur los? Ölpumpe eigentlich ist okay. Mal ein bisschen Sondereinlagen hier reinmachen. Mal gucken, wo wir die Kamera ändern. Ja. Was ist das so schnell gewesen? und alle nahe sind noch nicht alle auf der Strecke Was ist denn nur los? Die Emi ist ziemlich schlecht Also Emi ist da warm brennen Ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch schon zu lange auf oder Emi, keine Ahnung Schon wieder einen Truck weggeschmissen Das wird keine gute Zeit No Ich habe das Spiel verlernt. Wir haben aber noch eine Runde. Hoffentlich brauche ich nicht nochmal so viel Mist. Oh, zwei Minuten. Aber diesmal ganz schön dermaßen schlecht. Ja. Mal gucken, ob wir das toppen können. Oh, das war zu spiel, das war zu spiel, das war zu spiel. Cammy ist da Worm drin. Ja. Oder es kommt davon, wenn man zu viel, zu viele Spiele in kurzer Zeit zockt. Dann ist das Fahrgefühl weg. Na ja. Soll mir recht sein, dann wird es halt ein bisschen spannend. In der WM. Genau. Oh, das kann ja im Quali-Benn, na ja, spannend werden. Und ich glaube, wir werden nicht erst mal. Nur drei Stück sind wir wieder nicht gefahren. Und wir sind fünf da. Oh, mitten im Pulk. Abbeschädigung. So, wir könnten jetzt eigentlich nicht komplett zu Ende fahren. Warum bin ich letzter hier? Ach, sind die Donner rausgefahren? Na toll. Das heißt, wir müssen das Rennen von hinten aufräumen. Mann, bin ich schlecht. Das hat keiner gesehen. Nein. Ach, da war ich schon mal im Quali-Find. Ach, da. Nein. Mann, bin ich schlecht. Ich bin Amy-Web im falschen K... Und wir müssen alles von hinten aufräumen. Aber nicht schlecht. Genau. Wenn sich welche bagen, freut sich das. Ja, das ist ja so. Oh, mini Rouglan. Oh, mini Rouglan. Dasselung. Oh. Ja, wenn da... Ein bisschen rutscht, dann wird es schon schlimm. Mir wird die Musik langsam nervig. Ich glaube auch nur die eine. Lass mich mal vorbei. Ah, Schwung verloren, das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Ich muss jetzt mal einen auf die Stoßstange mitgeben. Ah, Fahrkumpel. Naja, Berlin-Messerschaft etwas spannender. Wie gesagt, vorbeikommen ist hier eine Sache mit dem Truck. Bremsen aufmachen, sonst wäre man geradeaus gefahren. Komm, 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 komm. Naja, wenn wir uns reinstechen, geht er mir nicht. Oh! Oh! Da könnte sich ein Motor-Schaden an. Ich glaube da ist ein Motor-Hops. Ja, was ist bei dem kaputt? Wie gesagt, technische Ausfälle gibt es auch. Ja. Ich hoffe, wir sind nicht schuld. Weil wir eben hinten ein bisschen drauf gepastet sind. Wie sieht eigentlich unser Truck noch aus. Der sieht eigentlich noch gut aus. Ja, der hat Leistung verloren. Er hat auf jeden Fall Leistung verloren. Und jetzt wird er überholt. Gnadenlos überholt. Oh! Haben wir auch sogar mal einen Ausfall gesehen. Das sieht man nur, wenn man ein bisschen hinten fährt. Oh ja. So wäre das Kind mal wieder nichts. Wir haben drin ein Glas. Hey, wir sind immer noch auf dem Podium. Aber er kann irgendwie noch hinten mitfahren mit den Lamsamsen. Soweit fällt er doch noch nicht zurück. Nein, die beiden kommen mir nicht. Nein. Da können wir machen, was wir wollen. Ja, doch. Jetzt hängt er sehr weit hinten dran. Und er verbremst sich. Und wir stechen rein. Und alles nur, weil er einen Fahrfehler begangen hat. Ja, die KI ist auch nicht ganz fehlerfrei. Und wir sind zweiter geworden. Und jo, den haben wir aus Versehen abgeschossen. Wir haben neun Punkte. Und ich gehe schnell mal auf Speichern, 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 Speichern. Wo ist denn das? Wo ist denn das? Spielmenü. Und zwar auf Speichern. Speichern, ja. Und ja. Das war's. Das war's. Wir haben einen kleinen Schaden gesehen. Wobei ich nicht sicher bin, ob wir dran schuld waren. Und wir sehen uns beim nächsten Mal bei Motor. Ach, das ist ja gar nicht Motor. Ist ja Mercedes Prince Truck Racing. Ich war jetzt gerade ganz woanders da, ja. Und wir sehen uns dann bald wieder. Bis denn.